Herzlich Willkommen zur weiteren Taktikguide, diesmal für den Boss Modermine bzw. Rotface im Englischen. Ja, ihr seht, wir haben den Kampf begonnen. Wir tanken den Boss an der Position, wo er auch anfangs, also vor dem Kampf steht, quasi genau mittig. Das hat einfach den Vorteil, dass wir der Prüschlammerflut so gut es geht aus dem Weg gehen, also gerade die Milis. Das seht ihr gleich. Hier fehlt im Übrigen die Animation. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Meine Details sind eigentlich alle auf hochgestellt. Ja, wie auch immer. Genau, hier rechts ist der, wie gesagt, diese Prüschlammerflut. Verdeckt vielleicht ein Drittel des Raumes, naja, nicht ganz. Vielleicht ein Fünftel des Raumes oder so. Ähm, ja, außerdem lässt, ähm, also aus dem natürlich raus und nicht treffen lassen. Hält irgendwie 25 Sekunden fast an. Ähm, außerdem lässt Modermine, ähm, zufällige Spieler, ähm, also er infiziert zufällige Spieler mit der mutierte Infektion. Äh, das heißt, aus euch spawnt dann ein, ihr seht dieses hier kleine Prüschlammer. Ähm, die werden zueinander verbunden, so haben wir es jedenfalls gemacht. Das sieht man jetzt hier schön rechts im Bild. Hier ist ein großer Prüschlammer und daneben ein kleiner. Die werden dann, ja, die teilen sich dann auf und werden dann immer größer und stärker. Unser Offtank, der kitet diese Großen, ähm, durch den kompletten Raum. Ähm, sieht man jetzt hier auch sehr schön mit dem. Ihr müsst mal auf die, auf den Stern achten, welcher jetzt in Rotface hinten ist. Äh, gerade etwas verlangsamt, da er von dieser, von dieser Flut getroffen wurde. Äh, ich glaub, sobald vier kleine in einen großen Prüschlammer treffen, ähm, explodiert dieser. Und, ja, seht ihr gleich, das dürfte jetzt der vierte sein. Ich bin mir mal nicht ganz sicher. Genau. Er bleibt jetzt stehen, leuchtet so rot und das ist das Zeichen, dass er jetzt explodiert. Ihr seht jetzt, jetzt kommen überall so kleine, äh, so kleine, so kleine Schlammer, sag ich mal. Und, ähm, sobald sie in der Luft sind, wählen sie, also sie landen auf der Position aus eurer, auf eurer Ausgangsposition, wo ihr zu dem Zeitpunkt standet, wo sie explodiert sind. Das heißt, ihr solltet euch, ja, auf eine andere Position am besten bewegen. Wo natürlich auch niemand anderes stand, ne? Das ist klar. Ansonsten hat Modermine noch die Fähigkeit, dass er, ja, immer so breathed, sag ich mal, so ein Gift Breath. Das ist dieser hier, den, den sieht man leider bei mir jetzt irgendwie nicht. Keine Ahnung, ob ihr den seht, ob das ein Bug war, oder wie auch immer. Ähm, verursacht auch immensen Schaden, einfach rauslaufen. Und, ja, das war so der Kampf gegen Modermine, im Großen und Ganzen. Ähm, es ist natürlich alles eine Frage der, der Koordination auch. Ihr seht, am Ende des Fights leben nur noch, keine Ahnung, zehn Leute, nuken den dann runter. Äh, unsere aktuellen Prozente, kann ich vielleicht sagen, 38 Prozent haben wir. Wichtig ist also das Spiel, ähm, zwischen Off-Tank und Spielern mit kleinen Brühschlammern. Ähm, ja, euer Off-Tank tankt, äh, tauntet am besten den großen Brühschlammer und kitet diesen dann einfach immer quer durch den Raum, wo, äh, wo keine Flut ist, also wo nicht diese Seuche ist, die ihr links und rechts gerade seht. Ähm, ja, und Spieler mit den, mit den kleinen infizierten Ads laufen einfach zu dem Großen. Am besten einmal kurz durch oder davor und warten, bis der Große diese kleinen frisst. Ähm, hier hat man nochmal sehr schön den Breath gesehen, beziehungsweise hat ihn nicht gesehen, aber man hat den Schaden gesehen. Äh, ein Toter bis jetzt. Wir sind bei 25 Prozent. Und hier läuft gerade irgendwie alles etwas chaotisch zu, aber ich glaube, das ist unser zweiter Try um 19.50 Uhr gestern Abend, also Mittwoch. Und, ja, hier ist nochmal der Breath. Ich habe ehrlich keine Ahnung, warum man den nicht sieht, warum man den, warum man diesen Cast nicht sieht. Ob das so gewollt ist, kann ich mir nicht vorstellen. Und, ja. Ja, das war eigentlich so im Großen und Ganzen der Kampf gegen Modermine. Äh, wir sehen gleich nochmal, wie ein, äh, großer Brühschlammer explodiert. Ähm, wie gesagt, bei dieser Explosion, sobald sie in der Luft sind, hier sieht man nochmal, jetzt bin ich infiziert. Ähm, jetzt explodiert der aber gerade. Ähm, also sollte man sich verteilen. Ihr seht ja meine Ausgangsposition, da ist ein kleiner gelandet. Und jetzt haben wir zwei, jetzt haben wir drei kleine. Ähm, diese verbinden wir dann zu einem. Also zwei kleine ergeben einen großen, sollte man vielleicht noch sagen. Ähm, ja. Ihr seht, wir haben schon zwei, vier, sechs, acht Tote. Hä, zwölf Prozent noch. Das heißt, einfach nur schnell juken. Ich hab TS leider nicht, aber ich glaub, es ging da relativ heiß her gerade. Und, ja. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und, ähm, der Boss ist eigentlich, ja, er ist einfacher als er in dem Video vielleicht aussieht. Ähm, gerade mit etwas Übungen ist ja eigentlich, ja, super easy. Ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank an meine Gilde Prophecy und die letzten fünf Prozent vom Boss gucken wir natürlich auch noch an. Ja, das war so der Kampf. Hier bin ich nochmal infiziert. Hab einen kleinen Ad, aber die letzten vier Prozent werden jetzt genuket. Vielleicht kann man auch sagen, der Professor habe ich natürlich gestern auch schon angesehen. Äh, der ist nicht ohne. Man hat zehn Versuche. Wir haben jetzt diese ID noch sieben. Ähm, ja, ich versuche natürlich das Ganze natürlich zu frapsen und dementsprechend dann auch zu erklären. Ansonsten, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das diese Woche jetzt noch hinbekommen, beziehungsweise ob ich einen Guide noch in dieser Woche fertig stelle. Ansonsten halt nächste Woche auf jeden Fall. Ja, Boss ist down. Ähm, Loot kommt auch gleich. Ihr seht, ein Haufen Tote. 3, 6, 11 Tote fast. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Guide.